Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Im Folgenden werdet ihr ein wunderbares Video sehen, meine Freunde. Und zwar ein Livestream-Ausschnitt. Leute, der Game Master hat mich mehrfach im Livestream heimgesucht. Oh mein Gott, was war denn da los? Oh mein Gott. Also ihr seht auf jeden Fall, in den Streams verpasst ihr einiges, deshalb schaltet auf jeden Fall heute Abend um 19 Uhr wieder ein, meine Freunde. Ich werde ein paar dieser Division-Keys verlosen. Und auch vier handsignierte Game Master-Masken, die vom Game Master höchstpersönlich verlost werden. Heute Abend, 19 Uhr, Livestream, meine Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall auf neue Folgen von Krass Klassenfahrt. Wir sehen uns dann. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ciao. Und zwar haben ganz viele von euch vorgeschlagen, dass ich den Elf on the Shelf versuche wieder anzurufen. Alter, krass. Ja, ihr habt richtig gehört. Es muss ja irgendwo herkommen. Okay, der Elf war ziemlich pisst. Aber, aber, wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es. Es gibt zwar mehr, aber es könnte sein, dass es geht. Okay, weiter. Ich hoffe es. Mann. Dieser Schlüssel-Empuls. Ja, okay. Warte mal ganz kurz, hat bei mir geklingelt. Kleinen Moment, Leute. Oh mein Gott, ey. Hä? Was? Oh mein Gott, was? Ich war mir gerade was zu trinken holen. Oh mein Gott, Leute. Guckt mal bitte. Hä? Revi ist scheiße der Hund so ein Ha 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 Ha. Gezeichnet der Game Master. Oh mein Gott, war der Game Master? War der gerade hier? War der Game Master gerade hier? Wo kommt diese Musik her? Wir gucken gerade ein Video von Rebecca Wing über den Game Master. Dann kommt der Game Master einfach, Leute. Ganz ehrlich, wenn der nochmal kommt, wenn der nochmal kommt, ihr müsst alle in den Chat Polizei schreiben. Okay, ganz wichtig, Leute. Keine Ahnung. Ey, der Game Master war da. Egal. Wir gucken jetzt mal das Video weiter einfach. Ach mein Gott, ich habe so Angst, ey. Oh, 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 oh. Das dauert schon ein bisschen, oder? Der Game Master und dieser Elf, die sind ja real. Das, oh mein Gott, es klopft. Okay, warte mal ganz kurz. Moment. Oh mein Gott. Hallo? 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 Oh! 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 Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Der hat mich geschlagen. Der hat mir... Oh mein Gott. Was hat der gemacht? Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter. Der hat den Creator-Code Evive eingegeben und dann was gekauft. Okay, okay, Leute, das ist krass. Hey, jeder weiß nur was, dass der Code Revinzeit ist, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, der Game Master hat meine Kamera ausgemacht, Leute. Leute, Moment, Moment, Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Ah! Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Okay, Leute, schreibt schnell, Polizei, ich geh mir vorne, ich hab ne Waffe vorne, okay? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein... Ah! Ih! Mein ganzer Stuhl ist ja nass. Leute, war der wieder hier, der Game Master? Oh Gott, ich muss ganz kurz. Ich muss kurz Toilettenpapier holen, wartet ganz kurz. Leute, der Game Master hat den... Leute, der Game... Leute. Der Game Master hat meinen... ...ganzen Stuhl nass gemacht. Ich ruf ganz kurz einen Kollegen von mir an. Oh mein Gott, bitte geht rein. Yo. Ey. Ey, Baris, guck mal, ich bin grad am streamen, ne? Ja. Und du bist doch Geisterjäger, oder? Ja. Baris, ich hab ein Problem, bei mir kommt immer der Game Master. Kannst du mir vielleicht da was sagen? Ja, du musst in die Ecke Zwiebeln... Ja. Aha. ...die nass machen. Oh mein Gott. Okay, nasse Zwiebeln, ja? Bisschen anbraten danach? Ja. Und 27 Liter Zitrone drüber. Kennst du den Game Master? Nee. Ist mega gruselig, erzähl ich dir später. Ist richtig gruselig, okay? Danke dir, Baris. Ja, danke. Gerne. Okay, Leute, also wir brauchen Zwiebeln und 27 Liter Zitronen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch wen anders erreiche. Hallo? Nehmt ihr gerade auf? Ja. Es tut mir voll leid, aber ich stream gerade. Ich hab ein richtiges Problem, okay? Kennt ihr den Game Master? Laber. Der Game Master war gerade bei mir, Jungs. Er hat mich auch schon angeschrieben. Ey, der war bei mir im Büro gerade, als ich kurz draußen war. Wirklich. Okay, ja. Der hat Wasser auf meinen Stuhl gemacht, ich hab mich reingesetzt. Was soll ich machen? Äh, dein Arsch föhnen. Aha. Und dann duschen gehen. Ja, aber der kommt ja immer wieder, der Game Master. Was soll ich machen? Der kommt immer wieder. Der kommt immer wieder. Ich hab beste, Digga. Okay. Du machst, bevor der kommt, deinen Stuhl nass selber. Okay. Weißt du, dann kann er nicht mehr nass machen, dann kommt der nicht mehr. Ja, ja, aber dann ist ja mein Stuhl nass. Wär voll dumm, wenn ich meinen eigenen Stuhl nass machen würde. Ja, dann brennt dein Stuhl einfach ab. Danke dir. Wie du gestern. Danke. Danke, Jungs. Danke dir. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich meine Jungs hab, Alter. Egal, wir gucken jetzt noch dieses Video zu Ende. Wer bist du? Kenn ich dich. Hä? Oh mein Gott, hört ihr das? Nein. Oh mein Gott, Leute. Okay, ganz kurz. Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein PC ist gerade... Ist alles abgestürzt. Komplett Chrome ist abgestürzt. Guckt mal, Leute. Guckt mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist gerade alles abgestürzt, Leute. Kleinen Moment. Ich geh mal ganz kurz. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ey, Leute. Ey, ihr glaubt... Hä? Oh mein Gott, Leute. Nee, schon wieder diese Musik. Ich war gerade nur in der Tür, weil Monte hat mir so Blumen gebracht. Deshalb hat er gerade so gelacht, weil er sich so gef... Oh mein Gott, Leute. Leute, warte. Nein. Hä? Wieso bin ich tot? War der Game Master gerade hier und hat mit meinem Fortnite-Account gespielt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich... Leute. Der Game Master hat bei ICQ geschrieben. Hier steht... Revi, ich töte dich. Du wirst schon noch sehen. Ey, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber es ist wirklich real. Ehrlich. Das ist so gruselig, Leute. Okay, warte mal ganz kurz. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich muss mal kurz mit iCrime... iCrimeX? Yes. Guck mal, du bist doch schon mal gehackt worden, oder? Ich wurde noch nicht gehackt, Bruder, aber ja. Und der Game Master... Ey, hör mal mal. Nee, ist nicht witzig jetzt. Wer will, dass du eine Gurke unten reinschiebst? Nein, 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 nein. Der war eben bei mir, Digga, und hat mich bei Fortnite umgebracht. Warum nicht Crater Code Revi? Ja, richtig. Das heißt, der Game Master will mir wehtun. Jürgen, was soll ich machen? Gestern wollte Game Master, dass ich mir eine Banane reinschiebe. Nein, oder? Ja, ich finde das nicht witzig. Was? Tilan, bist du's? Oh mein Gott, Max, du hast wieder die Musik. Oh mein Gott, es klopft. Warte mal. Max? Ja, ja. Es klopft gerade. Ey, pass doch bitte auf, dass der nichts macht, okay? Max? Wir passen auf. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Revi, der Game Master ist in einem Stream. Was ein Typ, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Revi, der Game Master war gerade in einem Stream. Alter, nein. Ey, hier ist alles voller Toilettenpapier. Oh mein Gott. Bruder, der war gerade in einem Stream gewesen. Nein, nein, nein. Wirklich jetzt? Ja, ich habe bei dir eingeschaltet. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich glaube, ich spiele jetzt Fortnite. Ich kann nicht mehr auf Sachen reagieren. Das geht nicht. Ey, diese Musik. Der macht immer so gruselige Musik an. Oh mein Gott, der Game Master fügt hier mit dem Laserpointer. Leute, Leute, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Alter, ich habe voll Angst. Oh mein Gott. Ey, Revi. Oh mein Gott, hier hat jemand eine Kettensäge. Oh mein Gott, warte mal. Ich glaube, Revi ist der Game Master. Oh mein Gott. Revi. Oh mein Gott. Leute, hört ihr das? What the fuck, Alter? Hast du gerade gehört? Hä? Was war das gerade für ein Soundeffekt? LOL. Oh mein Gott, Leute. Hier liegt die Maske vom Game... Oh, okay. Jetzt wird es gruselig. Egal. Kommt, wir spielen jetzt erstmal eine Runde Fortnite, Leute. Ich habe eine Pistole. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Game Master hat mich genockt in Fortnite. Oh mein Gott. Fix. Oh mein Gott, schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Ist das der Game Master? Dicker, das ist der Game Master. Ey, das kann nicht sein. Ey, Leute, der war einfach hier. Im Teamspeak eben. Hä? Das ist so ein Zufall. Weil ich habe mir gestern noch die Maske von ihm bestellt. Meint ihr, er ist jetzt sauer? Okay, Leute. Das darfst du nicht machen. Auf den Masken ist ein Fluch, ne? Ey. Ich habe gesagt, immer wenn ihr kommt, müsst ihr Polizei in den Chat schreiben, Leute. Wieso kommt die Polizei nicht? Ey, glaubt ihr wirklich, dass es Monte... Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob Monte wirklich der Game Master ist. Kann sein. Kann wirklich sein. Ich weiß es nicht. Okay, lass mal Pleasant landen, Bruder. Ich glaube, da sind wir sicher vom Game Master. Ne, Monte hat ein Alibi. Der hat dir doch die Blumen gebracht. Ja, stimmt. Monte kann es nicht gewesen sein. Der hat mir die Blumen gebracht, Leute. Ey. Vor allem, wenn er dir so schöne Blumen schenkt. Ja, warum sollte er dann der Game Master sein, oder? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Macht null Sinn. Ey, Leute, ich schwitz gerade so wirklich. Ich glaube, ich ziehe euch meine Hose aus. Ehrlich. Nicht, dass der Game Master das will von dir. Alter, oh mein Gott. Der Game Master will, dass ich eine Gurke mir unten reinstecke, glaube ich. Oh mein Gott. Game Master, komm, du hast Todesraschung. Oh. Leute, habt ihr es gehört? Hey, Felix, hast du es gerade gehört? Oh mein Gott. Ich habe Gänsehaut, Digga. Ich schwitz dir. Okay, ich muss gleich, ich gucke gleich mal. Ich habe eine Idee, wie wir das machen, Leute. Oh mein Gott. Ey, Max, das ist nicht witzig, Mann. Hör mal auf zu lachen, Max. Das ist richtig ernst jetzt gerade. Wirklich. Ey, Leute, habe ich eigentlich schon Oh mein Gott gesagt? Das ist so krass gerade. Auch den Gegner hinten beim Haus da. Schießt auf mich? Ja, bleib. Hat einer hin von mir bekommen? Kein Schild mehr, 42 Geld. Down. Boah, vielleicht hat dir das Club-Up-Tipps zu dir hingelegt, damit du die Gurke sauber machen kannst. Leute, der Game Master hat eben gesagt, ich soll mir eine Gurke reinstecken. Hä? Ey, Leute, das ist so gruselig mit dem Game Master gerade, wirklich. Ne, warte mal, das ist das falsche Bild. Oh mein Gott, Leute. Okay. Leute, glaubt ihr, das reicht? Glaubt ihr, das ist cool für den Game Master jetzt so? Meint ihr, lasst mich jetzt in Ruhe? Ich habe so Angst, Alter. Da hinten rollt jemand den Berg runter, aber ist mir egal. Oh mein Gott, der Game Master, hast du gerade gehört? Was hat der gesagt? Lutsch meine Gurke. Ich habe etwas mit Gurke, habe ich gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist richtig gruselig. Da oben war gerade ein Gegner. Wir müssen gerade gewinnen. Oh mein Gott, wir müssen echt gewinnen. Meinst du, wir müssen einen Win holen? Ja. Oh mein Gott, ich werde von hinten abgeschossen. Oh mein Gott, lass mal aussteigen. Ach man, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hätte dich fast getroffen. Hat einen Hit von mir? Oh mein Gott, er hat noch einen Hit von mir. Haben wir ihn gedroppt? Oh mein Gott, du hast ihn getötet. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Der hat irgendwas mit Gurke gesagt, Mann, Revy. Echt jetzt? Ja, Mann. Oh mein Gott, wir werden geschossen. Game Master Spieler. Oh mein Gott, ich habe ihn down. Nice. Oh mein Gott, ich habe ihn gefinished. Das kann nicht sein. Ey, der war einfach hier. Der war im Teamspeak, ne? Ja, ich habe eben was mit Gurke. Erst MSN, dann Skype, dann Teamspeak. Skype, ja, ICQ auch. Los deine Gurke. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich muss ganz kurz machen, was der Game Master sagt. Oh mein Gott, Leute. Ich muss, ich muss, ich muss. Nein. Willst du das, Game Master? Nein. Natürlich nicht, nein. Revy, wieso? Wie kannst du nur? Leute, der Game Master hat mich in der Hand. Ich kann nicht aufhören. Nein, Revy. Oh mein Gott. Alter, hinten ist einer mit dem Kugler, ne? Oh mein Gott, der hat mich getroffen. Oh mein Gott, er cheatet. Noch ein Hit. Oh mein Gott. Drei Hits, drei Hits. Ist low. Oh mein Gott, Revy. Oh mein Gott. Der andere kommt zu mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so viele Hits. Oh mein Gott, drei Hits. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Hey, Leute, das war es von dem Video. Nutzt meinen Creator-Code. Wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr im Livestream. JET! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020